Hallo, grüßt euch und servus zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Resident Evil Zero. So, weiter geht's. Ich wollte jetzt eigentlich mal was Neues probieren. Zwar wollte ich mal probieren, dass ich vorbereitet in eine neue Aufnahmesession starte. Ich wollte ein paar Items holen von Trainings, nicht von Trainingslager, von der Ausbildungsstätte. Da erwartet er aber schon eine böse Überraschung auf mich. Und zwar sind da einige Gegner gerespawnt. Einige Zombies, hier ein Zombie, dann ein Zombie. Das war mir nur noch ziemlich egal. Aber es sind auch ein paar Hunter gespawnt. Und die sind mir nicht egal. Ja, ich würde es einfach mal drauf losraten. Und einmal schätzen, dass wir irgendwann jetzt nochmal zur Ausbildungsstätte zurückkommen werden. Und ja, einmal schauen. Wie gesagt, also die Items von der Ausbildungsstätte habe ich jetzt nicht geholt. Ich wollte eigentlich die zweite Pistole holen, weil wir jetzt so viel Munition haben. Und ich wollte ja eigentlich, dass jetzt beide mit der Pistole herumrennen. Aber wie gesagt, das hat jetzt so nicht geklappt. Schade. Aber gut, mal schauen. Wir müssen, was müssen wir jetzt tun? Schauen wir mal an das Inventar. Das ist nicht das Inventar. Nehme ich auf. Ich nehme auf. Lautstärke passt auch. Passt, okay. Da liegen mal drei Farbbänder. Da müsste es aber irgendwo mehr geben. Wir hatten über zehn Farbbänder. Wo sind denn die? Ups, ne, nicht in den Zug. Passt schon so. Ah, so kann man wechseln. Da liegen nirgendwo Items. Ne, wo sind die Reste? Oder hat die Rebecca? Aber ich glaube, sie hat das ja nicht. Was im... Ne, im Blödsinn-Zug kann sich sein im Werk. Irgendwo. Da liegt noch der Granatwerfer. Ah, da werden sie liegen. Ja, da liegen noch ein paar Items. Alles klar. Ne, gut. Dann würde ich sagen... Ne. Wollen wir weitergehen? Ich glaube... Billy könnte noch irgendeine Heilung mitnehmen. So ein Erste-Hilfe-Spray. Jawohl, genau. Und dann passt das. Dann wechseln wir jetzt mal zu Rebecca. Und zwar genau, wir müssen ja... Da sind wir ja letztens stehen geblieben. Wir müssen ja Batteriesäure herstellen. Und dazu brauchen wir... Das Industriewasser und... Und, und... Eine Mischung aus der blauen und roten Flüssigkeit. Das blaue haben wir schon. Und beim roten dachte ich eigentlich, dass wir jetzt nochmal zurück müssen zur Ausbildungsstätte. Dem ist zum Glück nicht so. Es gibt hier auch... Ich habe nämlich gesehen, dass es hier auch... Eine rote Gasflasche gibt. Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wo ich die gesehen habe, aber die gibt es auf jeden Fall irgendwo... Was hier? Schauen wir mal... Ah, lang. Ich hoffe, ich finde die jetzt schnell wieder. So, da müssen wir runter. Ah, da sind wieder Igel. Da. Okay, hier müsste es... Ah, genau. Jetzt müssen wir noch etwas weiter... Da durch. So, genau. Und hier... Ging es irgendwo hoch... Hoch? Hoppala. Ah, da ging es mit dem Lift hoch. Ah, scheiße. Ich glaube, da oben war es aber nicht. Ne, da war es nicht. Ah, scheiße. Wir müssen nochmal zurück. Sorry. Aber das bedeutet... Dass wir uns gleich mal zwei Zolle stellen müssen, die gerüstet sind. Wo war denn hier eigentlich? Der Raum, wo wir das Wasser abgelassen haben. Das war hier. Wie sind wir da hingekommen? Ah. Oder was? Hier vielleicht sogar... Fit. Wir gehen mal zurück. Ah, das hätte ich mir merken sollen, wie das war. Verdammt, verdammt. Ähm... Ich werde es mal so machen, dass... Willi jetzt da mal die Pistole nimmt. Mal die Munition mit. Weil er mehr Schaden macht an die Pistole. So. Wenn wir da mal die zweite Pistole haben, dann werden wir, glaube ich, Rebecca die stärkere geben. Die stärkere Pistole. Und Billi sollte natürlich schwache nehmen. Mal schauen. So. Ähm... Wir lassen müssen da durch. Na? ok den kopfschuss habe ich schon lange nicht mehr gesehen dachte ich von hinten kommt auch noch ein zombie was war noch rebecca so vor allem sind wir nicht von diesem gang vorhin erst noch gekommen aber egal so genau hier müsste es nämlich wo eine leiter geben glaube hier oben war dieser diese rote glasflasche ich bin mir nicht mehr sicher wieder hier oder woanders hoffe es war hier ja es war hier sehr schön zählen ok lebecker sieht aus wie eine art chemikalie ins mischset geben die blaue chemikalie bereits im mischset in zugegeben wurden zu schwebensäure vermischt sehr nice ok und jetzt können wir das aber mischen kombinieren jawoll jetzt haben wir batteriesäure und jetzt können wir das hier mischen das haben wir wieder eine aufgeladene batterie so und jetzt müssen wir wieder mal wechseln zu billy jetzt müssen wir zurück zu den gabelstapler dazu müssen wir glaube ich mal hier lang ich hoffe ich weiß den weg noch aber in der feste nur zurückgehen so wo sind wir total angekommen da ging es so tiefer ja gehen wir mal da lang so da war auch noch heilung so alle wieder in den lift so Ich glaube da war es. Wo war es hier? Da war auf jeden Fall der Lift. Moment mal. So, Ebene 1 war die Ausbildungsstätte. Ebene 2. Ich glaube Ebene 3 war dann diese Ebene wo der Durant war. Wo wir jetzt nichts mehr tun können. Also Ebene 2. Ach da sind wir da jetzt wieder. Da sind wir ja komplett falsch oder? Klar, weil da ging es ja wieder zur Seilbahn. Ne, da sind wir komplett falsch. Auf jeden Fall ist es auch ein Zombie-Respawned. Dann wieder runter zu Ebene 4. Dann wieder runter. Dann wieder runter. Dann wieder runter. Da ging es ja nur runter. Genau da ging es nur runter. Wie nah dem wir besammelt stehen. Dann wieder runter. So, jetzt. Da durch. Und. Dann probieren wir die Tür jetzt einmal aus. Dann muss es ja fast hier gewesen sein. Oh. Da stehen zwei Mal auf. teilweise zumindest okay ja hier war es okay da hat sich aber nichts getan okay gut ich glaube becker hat die batterie der gabelstapler sieht einsatzbereit aus aufzug schalten noch nicht ja du steckst es mal darauf wechseln zur bille und er soll jetzt mal die kapitel ja klar so wird sie alleine runter kommen so und die karte die haben wir jetzt wo gebraucht konnten wir gleich weitergehen nie da waren sackgasse doch da gab es natürlich mal von da sind wir gekommen nie von was wir gekommen wo ging es da noch mal lang das war das das hier genau ich weiß schon wieder dieses rätsel wo ging es da weiter nicht sagen dass wir von das gerade gekommen